Mit wechselndem Schlüssel schließt du das Haus auf, darin der Schnee des Verschwiegenen treibt. Je nach dem Blut, das dir quillt aus Aug oder Mund oder Ohr, wechselt dein Schlüssel. Wechselt dein Schlüssel, wechselt das Wort, das treiben darf mit den Flocken. Je nach dem Wind, der dich fortstößt, ballt um das Wort sich der Schnee. Mit wechselndem Schlüssel schließt du das Haus auf, darin der Schnee des Verschwiegenen treibt. Hier spricht ein Dichter. Das Haus ist sein Inneres, altmodisch gesprochen seine Seele. Der Schnee, der darin treibt, ist Schnee des Verschwiegenen. Also das, was warum auch immer nicht ausgesprochen wird, hat sich zu etwas Kaltem, das im Inneren treibt, verwandelt. Die verschiedenen Schlüssel dieses Haus aufzuschließen und an das Verschwiegene heranzukommen, hat der Dichter. Je nach dem Blut, das dir quillt aus Aug oder Mund oder Ohr, wechselt dein Schlüssel. Ein Dichter, für den das gilt, hat offenbar traumatische Erinnerungen oder wenigstens Gedanken zu bewältigen, die in ihm verschwiegen ihn belasten. Darum führen sie zu Verletzungen. Es trinkt unterschiedliches Blut aus Aug oder Mund oder Ohr. Unterschiedliches Blut bezieht sich auf die unterschiedlichen Gedanken oder Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind durch die verschiedenen Tore, Sinne, mit der wir die Welt aufnehmen, Auge, Mund, Ohr, in den Dichter gedrungen und verursachen Blutungen, die durch dieselben Tore wieder austreten. Wechselt dein Schlüssel, wechselt das Wort, das treiben darf mit den Flocken. Je nachdem, welchen Zugang der Dichter in sein Inneres findet, faßt er die Erfahrungen in andere Worte. Je nachdem Wind, der dich fortstößt, ballt um das Wort sich der Schnee. Er ist dabei aber wie von einer fremden Macht getrieben, für die der Wind steht, der ihn fortstößt. Er kann nicht voraussehen, zu welchen Worten ihn die Verarbeitung der Erfahrung führt. Aber es ballt sich um das Wort der Schnee. Das heißt, daß das Wort etwas von der Erfahrung aufnimmt und anderen mitteilbar macht. Allerdings wird das Wort auch vom Schnee eingekapselt. Es nimmt also die Erfahrung irgendwie mit, aber tatsächlich ausdrücken kann es sie nicht. Was in diesem Gedicht für den Dichter verallgemeinert ausgedrückt wird, ist für Celan die Erfahrung der Vernichtung von Heimat, Kultur und vor allem von Menschen seiner rumänisch-jüdischen Herkunft durch das nationalsozialistische Deutschland. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.